So, mal gucken, wurde eben gut begrüßt, Großenboden, Felde, aber Fähre da vorne mal. Erst mal gucken, das ist hier der letzte Zipfel von Deutschland. Da wollen wir drauf fahren. Und linke Seite, auch schon zu sehen, durch die Fische, da ist die Brücke, Wilmansundbrücke. Das nennt sich hier Moosbruder Fähre. Fährebetrieb vielleicht, mal gewesen, ob es die noch gibt. Ich weiß nicht, ich kann mir nicht vorstellen, ob es sich auch noch fährt. Die Ferienwohnung ist frei. Gar nicht so schlecht hier. Hallo? Wir sitzen hier aus. Fähre haben sie sogar. Großenboden Fähre und da kommt irgendwie so ein Bärlo. So, hier ist ein Koppelader. Großenboden Fähre. Ich denke mal, das war es denn hier auch. Also eine Bar hat er noch auf. Vielleicht. Da dürfen wir auch nicht rein. Das wäre jetzt Großbruder Fähre. Und Tschüss.